Jolla Leute, ich bin's wieder euer Stefan und ähm, ja, ich hab mir heute schon ein Bulletin rausgepostet, ähm, oder ein Feed, ich weiß noch nicht, wie ich das nennen soll, auf jeden Fall, ähm, dass ich, äh, mein Fußknöchtel gebrochen hab. Ja, ich hab's geschafft, ähm, auf jeden Fall, ja, ihr seht's, äh, ihr seht es nochmal, ähm, und zwar, es ist passiert beim Sportunterricht, wir haben, äh, wie soll man das nennen, Trampolinhochsprung gemacht und, äh, ja, ähm, bei der 1,60m Stange bin ich falsch aufgekommen, auf den ungeklinkten Fuß drauf gelandet und, ja, äh, im Krankenhaus zu werden erzählt, dass ich total gebrochen bin. Angeblich, ähm, steht nicht ganz fest, auf jeden Fall, äh, ich hab jetzt ein Gips im Bein, und, ja, ich bin froh, dass die Treppe hochlaufen kann, deswegen werde ich jetzt, ich hab ja noch was auf Platte, werde ich jetzt gelegentlich, äh, rendern, also, es kann sein, dass mal ein Tag nix kommt, kann aber auch sein, dass jetzt trotzdem noch jeden Tag was kommt, ähm, ähm, aber, ja, ähm, trotzdem, äh, stellt euch nicht auf jeden Tag Video ein, heute kam, ne doch, heute kommt jetzt das hier, Fail, egal, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich halt, ähm, Mist gebaut hab, und, ja, dann bedanke ich mich hier für eure Aufmerksamkeit, ähm, das war's wieder von mir, tschüss.